So, hier befinden wir uns im ehemaligen Schwesternwohnheim. Hier ist gleich der Hauptraum gewesen und hier muss es gebrannt haben, alles große an der Dicke. Oh ja, hier hat es noch nicht gebrannt. Mal duschen. So, hier hat es noch nicht gebrannt. Wahrscheinlich mal Lagerraum. Da sieht man immer den kleinen. Das scheint wahrscheinlich früher mal eine Küche gewesen zu sein. Da stehen ja noch die ganzen Öfen. Hier aber auch noch zu kommen. Hier, da fängt sich mal einen Aufzug. Hier mal einen Aufzug, wo ist ein Essensaufzug. Hier, da fängt man einen Aufzug. Die Treppe ist total verbrannt. Die kommt weiter runter. Ein paar Flüschungen. Jetzt müssen wir jemanden ausklaufen. Das war's für heute. Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war mein Glück. Das war meine Küche. 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 Hier noch alle Zeitschriften. Das war meine Küche. 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 Das war meine Küche.